Hallo! Hoi! Namen? Seven. Vornamen? Äh... Künstlernamen? Seven. Spitznamen in der Schule? Jene. Grösse? 1,82. Geburtsdatum? 18. Oktober 1978. Augenfarbe? Grün. Lieblingsfarbe? Violette. Lieblingsessen? Rotes Curry mit Pulle. Lieblingslied? Sometimes it's not in April von Prinz. Lieblingsschulfach? Mathe. Lieblingssport? Basketball. Das mag ich nicht. Chemie. Das mag ich. Früchte? Mein Haustier? Ich. Mein bester Freund? Der Vater? Meine beste Freundin? Meine Frau. Meine Stärke? Harte Gründe. Meine Schwäche? Harte Gründe. Hobbys? Basketball. Filme schauen. Mal eins gut ziehen. Und selber filmen, schneiden. Und so. Ja. Das mag ich mal werden, wenn ich gross bin. Zwei Meter sechs. Der beste Film? Wow! Der beste Film. Schwierig. Ähm. Scarface? Die beste Serie? Wow. House of Cards. Das beste Buch? Aldo Ishaxlis. Schöne neue Welt. Ein weiser Spruch? Hey! Wie geht's? Was habe ich früher bei den Freundschaftsbüchern falsch geschrieben? Spaghetti. Wie geschrieben? Mit einem G und einem T und ja. Spaghetti. Zum Schluss noch eine blödige Masse in die Kamera.